heute präsentiere ich euch einen absoluten klassiker ein kumpel und ich 2014 das erste mal in polen auf dem polenmarkt natürlich gab es ja polenböller und wir kann bis jetzt nur diese kleinen fp3 böller die haben ja drei gramm und wir hatten uns dort einen chipolla mit 50 gang gekauft einen dämon und das das war das fetteste was wir jemals gehört haben wir hatten nichts vergleichbares bis bis da gehört und in dem wald ist der schall mega geil und zieht euch bitte diese krasse ehrliche reaktion von uns rein wie wir nicht darauf klarkommen was da gerade passiert ist viel spaß du weißt dass es jetzt ultra wird das ist jetzt ultra doll wird ich würde jetzt anzünden ja 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 Oh Gott! Alter! 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 Hass! Oh Gott! Alter! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh mein Gott!